Die sogenannten Miraculous. Durch die Jahrhunderte wurden diese Schmuckstücke zum Wohle der Menschheit eingesetzt. Zwei dieser Miraculous sind mächtiger als alle anderen. Die Ohrringe von Ladybug, die die Macht haben, Dinge zu schaffen, und der Ring von Cat Noir, der die Macht hat, Dinge zu zerstören. Die Legende besagt, dass derjenige, der beide Schmuckstücke besitzt, über uneingeschränkte Macht verfügt. Ich möchte die uneingeschränkte Macht besitzen, Noro. Ich muss die Miraculous haben. Niemand weiß, wo diese Miraculous zu finden sind. Dich habe ich auch gefunden, kleiner Noro. Und dein Miraculous, welche Macht besitzt es nochmal? Mit dieser Brosche kannst du jemandem Superkräfte verleihen und diese Person zu deinem ergebenen Diener machen. Und wie kann man Superhelden besser besiegen als mit Superschurken? Aber Meister, die Miraculous soll nicht für böse Zwecke benutzt werden. Ich möchte uneingeschränkte Macht besitzen. Dein Miraculous gehört nun mir. Ich bin jetzt dein Meister und du musst mir gehorchen. Ja, Meister. Noro, die Flügel der Dunkelheit mögen sich entfalten. Von heute an werde ich bekannt sein unter dem Namen Hawk Moth. Einwohner von Paris. Hört mir gut zu. Ich bin Hawk Moth. Hawk Moth? Ladybug, Cat Noir. Gebt mir sofort die Ladybug-O-Ring und den Cat Noir-Ring. Ihr habt diesen armen Menschen schon genug Leid zugefüllt. Letter Versuch, Hawk Moth. Aber wir wissen, wer hier der Böse ist. Versucht nicht, die Rollen zu vertauschen. Ohne dich wäre keines dieser unschuldigen Opfer in Steinwesen verwandelt worden. Hawk Moth, egal wie lange es dauert, wir werden dich vernichten und dann haben wir dein Miraculous. Ich verspreche euch etwas. Wenn hier ein Bösewicht auftaucht, werden Ladybug und Cat Noir immer versuchen, euch zu helfen. Ich glaub's nicht. Da steht wirklich Hawk Moth. Er zeigt sich doch nie. Es muss also um was sehr Wichtiges gehen. Wenn wir ihn besiegen wollen, können wir das nur zusammentun und jeder muss sein besonderes Talent nutzen. Wir sind dabei. Schön, dich endlich kennenzulernen, Cat Noir. Cooles Outfit. Oh, vielen Dank. Deins ist aber auch cool, Volpina. Erst dieser Meteorit und jetzt auch noch Hawk Moth. Ob das Zufall ist? Findest du das nicht etwas merkwürdig? Nein, wieso das denn? Ich hab Cat Noir gefragt. Ich finde, du bist heute etwas merkwürdig, Milady. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut, sehr gut. Ach, Volpina, was ist dein Miraculous? Meine Kette. Und welche Kraft verleiht es dir? Ich kann fliegen und bin super stark. Er entkommt uns! Ladybug, du kommst von links, Cat Noir, du von rechts und ich überrasche ihn von hinten. Nein, ich komm von rechts, Cat Noir, überrascht ihn von hinten und du? Du von links. Gut, das macht ja keinen großen Unterschied. Gut. Sei mal ein bisschen lockerer, sie ist eine von uns. Er läuft direkt in meine Falle. Wo ist er hin? Ich schnapp ihn mir! Gut, und jetzt zu ihr. Wo ist er denn hin? Gut. Gambling, sullaいき. Wann gehen wir вместе. Gom. Und es gibt uns mal ein MeyerELIhares. Wir sehen uns bald wieder. .